Heute ist ein besonderer Tag und zu einem besonderen Tag habe ich eine besondere Kamera, ein besonderes Objektiv, ein besonderes Mikrofon und einen besonderen Stargast beziehungsweise das Geburtstagskind. Es ist die DJI Mini 3 Pro und weil sie heute ein Jahr alt wird, also nicht die, aber generell bin ich seit einem Jahr stolzer Besitzer einer Mini 3 Pro, das ist höchste Zeit mal zu sagen, ob sich eine Mini 3 Pro 2023 für dich noch lohnt, was positiv ist, was vielleicht nicht ganz so positiv ist und natürlich vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks. Und wie sollte es so eine Geburtstag sein? Du kannst am Ende natürlich auch was gewinnen. Und was war das für eine Kamera? Eine A7 III mit dem 24-35 von Sigma, der Blende 2.0 und, ja, keine Ahnung, cinematischen Einstellungen. Kannst dir mal reinschreiben, was dir besser gefällt, das, was du jetzt gerade siehst oder das von der Kamera. Aber kommen wir mal wieder zum Geburtstagskind, denn 365 Tage lang habe ich jetzt die DJI Mini 3 Pro. Warum weiß ich das? Ganz einfach, weil Care Refresh sich gemeldet hat und gefragt hat, hey, du hast ein Jahr lang die DJI Mini 3 Pro mit Care Refresh, möchtest du verlängern zu Care Refresh Plus? Und natürlich habe ich das gemacht. Und wenn du schon immer wissen wolltest, wann du eine Erinnerung bekommst, das sind irgendwie zwei oder drei Tage davor und dann kannst du das für einen kleinen Betrag, ich glaube 75 Euro, habe ich das jetzt hier verlängert oder für 75 Euro habe ich das verlängert. Und glaub mir, das hat sich gelohnt, denn vielleicht hast du ja das Video gesehen, wo ich... Also das war definitiv nicht einer meiner Sternstunden und damit kommen wir schon zu einem Ding, was du wirklich wissen musst. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob man das als negativ betrachten kann, aber die DJI Mini 3 Pro hat natürlich hier Antikollisionssensoren zweimal nach vorne, zweimal nach hinten, das ist das hier und natürlich zweimal nach unten. Und wo fehlen die Antikollisionssensoren? Jupp, seitlich. Das bedeutet, bei einem seitlichen Flug, da passieren die häufigsten Unfälle und viel zu oft verlässt man sich auf die Antikollisionssensoren, anstatt, ich sage jetzt mal, mit Sinn und Verstand zu fliegen. Klar, du darfst ja nur auf Sichtweite fliegen, aber damit kommen wir auch schon zum rechtlichen Aspekt, denn die DJI Mini 3 Pro, da sie unter 250 Gramm wiegt, ist meines Erachtens weltweit die beste Mitnahmereisedrohne. Im Vergleich hier ein iPhone daneben, ja, also das können wir gerne nochmal machen. Das hier ist das iPhone, das hier ist die Mini 3 Pro. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr klein. Du brauchst, weil sie unter 250 Gramm wie keinen Drohnenführerschein, du brauchst lediglich die Registrierung als Drohnenpilot beim Luftfahrtbundesamt, klebst die E-ID drauf, die du nach ein paar Tagen bekommst. Natürlich brauchst du dafür auch eine Haftlichtversicherung, aber das war's. Kein Führerschein, auch nicht 2024 oder was auch immer. Drohne, Haftlicht, E-ID und los geht's. Natürlich musst du dich an die geltenden Gesetze halten. Die DJI Mini 3 Pro kann Wind mit ungefähr, sagen wir mal, 35 bis 40 kmh hervorragend widerstehen, aber sie bewegt sich dann, sagen wir mal, sehr, sehr stabil oder du hast das Gefühl, dass sie hin und her tänzelt. Sie kämpft gegen den Wind, sie kann das auch aushalten, aber, und das musst du wissen, die ruhigen Bildsequenzen, das heißt also, wenn du schön und ruhig fliegen möchtest, können dann natürlich vom Gimbal nicht mehr ausgeglichen werden. Und damit kommen wir mal eben ganz kurz nochmal zu den Eckdaten der DJI Mini 3 Pro, denn was ist hier drin? Eine Kamera mit Blende 1.7 auf einem 1 zu 1.3 Zoll Sensor. Das Ding ist riesig, kann 4K mit bis zu 60 FPS auf die Speicherkarte bannen, kann Fotos in bis zu 48 Megapixel auf die Speicherkarte bannen und hat in verschiedenen Programmen. Und da ist es wieder ein, sagen wir mal, Ding, was du unbedingt wissen solltest, sogar die Möglichkeit, so eine Art Smart HDR aufzunehmen. Das heißt, sie hat einen Dynamikumfang, der unglaublich hoch ist. Aber, und damit kommen wir auch schon zu dem Aber, was wunderschön ist und wo viel Licht auf den Sensor fällt, da ist im wahrsten Sinne des Wortes auch Schatten, denn durch so viel Licht auf den Sensor muss die DJI Mini 3 Pro die Belichtungszeit sehr, sehr kurz stellen. Das bedeutet, je nachdem, wie du fliegst und je nachdem, welches Ergebnis du haben möchtest, also so schön, cinematische Aufnahmen, ist ein ND-Filter quasi ein Muss. Du hast viel zu scharfe Aufnahmen. Das wirst du sehen, dass wenn du dich bewegst, dass alles so rasierklingenmäßig scharf ist oder teilweise so stockelt. Das liegt daran, dass einfach zu viel Licht bei den Einstellungen auf den Sensor fällt und selbst im Automatikmodus würde ein ND-Filter wunderbar helfen. Ich habe Videos über ND-Filter gemacht, sollst du dir nochmal angucken. Natürlich steht der ganze Erfahrungsbericht immer im Zeichen von Lieber haben ist besser als brauchen, denn die DJI Mini 3 Pro kann ja zum Beispiel auch hochkant filmen. Wie du hier siehst, der Gimbal lässt sich per Knopfdruck komplett um 90 Grad nach oben kippen. Und wenn du TikTok, wenn du Instagram machen willst in 4K voller Auflösung, ja, dann ist das Ding echt richtig klasse. Und auch richtig klasse ist das Ding hier, ja. Jetzt habe ich auf Aufnahmen gedrückt. Keine Frickelei mehr hier. 700 Nits hat der Controller. Investiere wirklich in dieses Ding hier, denn dann hast du dieses Problem mit dem Smartphone nicht mehr, dass du das einstecken musst und der Akku wird geladen und dann ist der Akku halb leer oder was auch immer. Das Ding lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du sagst, boah, es gibt ja auch noch die Mini 3 Pro ohne Pro, dann sag ich dir nochmal, lieber haben ist besser als brauchen, denn die DJI Mini 3 Pro unterscheidet sich an verschiedenen Stellen elementar von der Nicht-Pro, denn sie kann zum Beispiel Objekte verfolgen mit aktivierten Antikollisionssensoren, zwar nur von hinten und ohne aktivierte Antikollisionssensoren, auch seitlich, also quasi so, aber das kann zum Beispiel die Mini 3 ohne Pro nicht. Sie kann auch nicht 4K 60fps filmen, das kann nur die Mini 3 Pro. Ob das für dich wichtig ist, das musst du entscheiden. Und es soll jetzt auch kein Video zwischen den beiden sein, aber was auf jeden Fall wichtig ist, kauf dir das Fly More Kit, ja. Denn 25 Minuten, mein Gott, man konnte gar nicht sehen, dass ich die Akkus in der Hand hatte, ja. Akkus verbrätst du mit dem Ding wie, ja, keine Ahnung, wie Butter auf dem Brot, denn das macht einfach Spaß mit ihr zu fliegen. Ding raus, Drohne raus, fliegen, es macht einfach Spaß. Und weißt du, warum es auch Spaß macht? Weil sie nicht aufdringlich ist, weder für dich noch für die Umwelt. Das Geräusch von der Mini 3 Pro ist okay und dezent. Und sie ist klein, das macht sie auch. Für alle Leute, die zuschauen, klein und dezent und nicht so nervig. Weil wenn du mit so einem großen Brummer, so einer Mavic 3 oder Mavic 3 Classic oder Inspire oder was auch immer rumknatterst, dann ist das Ding richtig laut und die Leute so, ey, da ist eine Drohne. Und die sehen das Ding hier, wenn sie es überhaupt sehen und hören und sagen, ja, eine Drohne. Völlig uninteressant. Oder sie interessieren sich dafür, weil sie halt klein und wie ein Spielzeug wirkt. Aber professionelle, wirklich professionelle, bis 10 Bit 4K 60 FPS abliefern kann. Das ist irre stark. Sie hat auch Digitalzoom. Sie hat einfach eine Menge von Featuren, die, ja, wirklich, wenn du sie einmal gekostet hast, echt toll sind. Quickshots, Panoramaaufnahmen. Die Mini 3 Pro macht wirklich Spaß. Welche Funktion ich wirklich kennen, schätzen und lieben gelernt habe, ist Spotlight. Denn bei Spotlight, ähnlich wie bei Active Track, markierst du ein Objekt und kannst dieses Objekt, ja, verfolgen. Das heißt also, die Drohne verfolgt nicht dich, sondern du bewegst die Drohne und sie richtet sich nach dem Objekt aus. Das heißt also, fliegst du nach links, dreht die Drohne sich. Fliegst du hoch, bewegt sich der Gimbal. Das ist wirklich stark und es gelingen dir damit Filmaufnahmen, die so manuell zu fliegen, sehr, sehr kompliziert wären. Machbar, aber es vereinfacht die Sache unglaublich. Achte nur bitte darauf, dass, du weißt, pok, pok, ne, die Sensoren sind nicht an der Seite und die Sensoren sind sowieso nicht immer 100% verlässlich. Verlass dich da einfach nicht so sehr drauf, ja. In zu schlechtem Licht, nein. Wenn du seitwärts fliegst, sind sie nicht da. Gibt's keine. Wenn du verschiedene Auflösungen fliegst, wenn du verschiedene Quickshots fliegst, wenn du Mastershots fliegst, nein, musst du also dringend aufpassen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Quick Transfer, das ist zum Beispiel die kabellose Möglichkeit, Daten, also Video- und Fotodaten auf dein Smartphone oder den Controller zu kopieren, ist auch toll. Aber dabei wird die Drohne mächtig warm. Habe ich wieder ein Video zu gemacht und ich kann mich immer nur wiederholen. Ich habe viele Dinge gesehen, die ich anstrengend finde, so zum Beispiel auch das Laden. Wenn du, wo habe ich's, wo habe ich's, das Original DJI Multi-Charger-Ladecase hast, dann wird nur ein Akku nach dem anderen geladen. Ist das schlimm? Weiß ich nicht. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn alle Akkus gleichzeitig geladen werden. Dadurch wird natürlich die Ladezeit gesamt erhöht, aber dann werden halt alle Akkus gleichzeitig voll. Natürlich finde ich es auch doof, dass die Akkus sich entladen, aber das hat ja nichts mit der Mini 3 Pro an sich zu tun. Die Akkus werden entladen, wenn du sie nicht nutzt, ja, also das musst du einfach wissen. Wenn du mich heute fragst, und das ist nach 365 Tagen DJI Mini 3 Pro, glaube ich, eine wichtige Frage, würde ich sie mir wieder kaufen? Würdest du mir sie, also ich dir sie empfehlen? Dann würde ich blind sagen, DJI Mini 3 Pro, wenn dein Budget es hergibt, kauf dir die Mini 3 Pro. Es ist eine irre gute Drohne, fällt nicht auf, ist schön klein, kompakt, macht einfach Spaß, sie zu fliegen, weil sie ist 100% zuverlässig. Return to Home funktioniert. Alles ist an der Drohne wirklich toll. Aber, vielleicht solltest du auch nochmal wissen, die DJI Mini 3 Pro kränkelte, je nachdem, was du für eine Drohne erwischt hast, an Verbindungsproblemen. Ja, das heißt, ich hatte mal meine erste Drohne, die hatte gefühlt bei 70 Meter Verbindungsprobleme. Das lag auch nicht an dem Controller. Ich habe den Controller getauscht mit dem Display, ohne dem Display. Das hat nichts damit zu tun. Eingeshargen haben tatsächlich Verbindungsprobleme gehabt. Kaufst du dir jetzt eine Drohne, gehe ich davon aus, dass du keine hardware-technischen Probleme mehr damit haben solltest. Probleme, das ist immer so eine Sache, du darfst ja eh nur auf Sichtweite fliegen. Aber ich möchte halt ein stabiles Videosignal und alles Mögliche haben. Wichtig ist auch, dass du weißt, dass du mit der DJI Mini 3 Pro Waypoints fliegen kannst, also vorgefertigte Strecken. Aber nur im Fotomodus, im Hyperlapse-Modus, nicht im Videomodus. Das ist tatsächlich aktuell noch nicht möglich und ist von DJI, ja, ist ja wahrscheinlich auch gar nicht vorgesehen. Für die DJI Mini 3 Pro gibt es Unmengen an Zubehör, egal ob Landestelle, Taschen, Filter, was auch immer. Aber die besten Taschen, die besten Koffer liefert meines Erachtens die Firma Tomcase. Tomcase, die haben sich auf wirklich harte Tomcase Cases, also so Transportdinger oder so, Smart Etuis oder auch so, warte, ich muss es hier rausdengeln, ja, so Rucksäcke spezialisiert. Und ich muss das ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, die sind hervorragend, die Produkte, ja. Sonst würde ich sie nicht empfehlen oder auch einsetzen. Und die Firma Tomcase war so nett und hat gesagt, fünf Gewinner können ein Produkt ihrer Wahl, also für die Mini 3 Pro oder was gerade deine Drohne ist und verfügbar ist, gewinnen. Das ist jetzt auch mega nett von Tomcase. Dafür musst du natürlich, wie sollte es auch anders sein, etwas tun. Geh bitte auf Instagram und folge Tomcase. Schreibe bitte genau unter diesem Posting von Tomcase den Hashtag Just a Tomcase mit dem Produkt, was du gerne gewinnen möchtest von Tomcase. Und Tomcase wird dann fünf Gewinner benachrichtigen. Ob du mir folgst, mir ein Like gibst, darüber würde ich mich natürlich riesig freuen, hat aber mit dem Gewinnspiel nichts zu tun. Das läuft allein bei Tomcase, denn ich möchte einfach, dass du glücklich bist, denn jetzt kommst nämlich du. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, zwei Likes, ein Abo, würde mich riesig freuen, Lobkritik, Anregungen. Ab zum Tomcase-Gewinnspiel, was ich quasi hiermit ausgerufen habe. Und in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, kommentier fleißig das Video und stay tuned. Bis zum nächsten Mal.